Und damit herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge von Spellforce 3. Nun, wir sind am letzten Punkt angekommen. Wir haben die drei Schmuckstücke versammelt, um durch die letzte Barriere zu kommen. Und ich würde sagen, wir benachrichtigen die Kommandanten. Dann benachrichtigen wir die Kommandanten und holen uns eine Division Soldaten her. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Gute Entscheidung. Viel Glück, Taha. Was auch immer euch da drinnen erwartet. Wir werden so lange hierbleiben und die Königin beschützen. Aber wir werden für euch beten. Oh, da geht's los. Das dachte ich mir. Deswegen habe ich den Cut da gemacht. Sonst werden wir zu weit rein inszeniert. Gut. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Ganz gleich, was Lakaien in dieser Halle tut. Wir werden damit fertig. Packt ihr die Schmuckstücke bei euch, Taha? Habe ich. Wahrscheinlich so ein Pornokeller aufgebaut. Und meine Mutter. Soldaten, macht euch bereit. Lakaien versteckt sich hinter dieser Tür. Und sobald wir die Barriere zerstört haben, werden wir die Halle der Gerechtigkeit stürmen. Wir wissen noch immer nichts über das Ritual, das da drinnen vorbereitet. Aber es könnte gefährlich sein. Seid also auf der Hut. Aber was auch immer geschieht, einer Sache könnt ihr euch sicher sein. Lakaien wird büßen. Viele von uns haben ihr Leben in diesem Kampf gegeben. Und wir alle haben geblutet. Es war ein Krieg, den niemand wollte. Und hier und jetzt wird er sein Ende finden. Das Ganze war meint. Es ist ungewöhnlich ruhig, als ihr den grauen Turm erklimmt. Als ihr das letzte Mal über diese Treppen gegangen seid, hat man euch des Mordes bezichtigt. Jetzt wurde euch gesagt, das Schicksal Northunders würde in euren Händen liegen. Eine bleierne Müdigkeit überfällt euch, als euer Geist versucht, die Ereignisse der letzten Monde zu verarbeiten. Ein vertrautes Gefühl. Ihr schüttelt den Gedanken ab. Für den Moment gibt es nur eines, das ihr tun könnt. Durchhalten. Wisst ihr, die Zwischensequenz, die war schon ziemlich episch mit der Ansprache. Es wäre einiges cooler gewesen, wenn nicht die Hälfte der Einheiten durch die... Es wäre nicht die Hälfte einfach durch die Gegend gebackt und irgendwo festgehangen und durch die Gegend rumgelaufen. Hm. Ah, Bertrand. Scheiße, was war das? Eine Falle. Nein. Die letzte Chance, das Richtige zu tun. Es ist noch nicht zu spät. Also habt ihr das geplant? Also war das der Plan? Uns hier hinein zu teleportieren? Ja. Der Bote wusste, dass du kein Risiko eingehen und mit einer Armee hier auftauchen würdest. Aber er brauchte dich alleine. Niemand wird die Barriere durchdringen können, bis der Bote sie deaktiviert. Wir sind also unter uns. Aber Lakaim ist hier. Ja. Und er erwartet dich. Er denkt, dass es keine friedliche Lösung gibt, diesen Konflikt beizulegen. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. All das ist... Es hätte nie so kommen dürfen. Ihr stellt es ja fast so dar, als sei es nicht eure Sekte gewesen, die diesen Krieg begonnen hat. Auf euch muss das so wirken, ja. Und glaubt mir, manche der Dinge, die wir tun mussten, werden mich in alle Ewigkeit verfolgen. Aber sie waren nötig. Schaut, Herr Haar. Diese Menschen, sie wollten es einfach nicht verstehen. Sie haben sich geweigert, Aronies Liebe anzunehmen. Wie ein Kind, das seiner Mutter die Umarmung verwehrt. Und dadurch, dass sie so handeln, verwehren sie auch der Welt eine bessere Zukunft. Was hätten wir denn tun sollen? Einfach nur dastehen und zusehen? Nein, wir hatten keine Wahl. Manchmal muss man Menschen zu ihrem Glück zwingen. Bertrand, du meinst, das war also wirklich nötig. Bitte dann komm einfach mit und schau dir mal an, was durchs Portal kommt. Und dann sag mir bitte nochmal, dass es dafür nötig war. Ah, darauf... Ich hoffe wirklich, dass er das miterlebt. Ah, eine Mutter tötet ihr Kind nicht, wenn es sich weigert. Äh, wenn es sich... Eine Mutter tötet ihr Kind nicht, wenn es sich verweigert. Der Vergleich hinkt. Eine Mutter tötet ihr Kind nicht, wenn es ihr die Umarmung verweigert. Die Zuneigung, einer Person abzulehnen, ist eine Sache. Die eines Gottes, eine andere. Und die Magier? Ihr habt ihnen nicht einmal eine Chance gegeben. Ich weiß. Und nochmals. Ich wünschte, diese drastischen Maßnahmen wären nicht nötig gewesen. Aber wir haben dieses Gespräch schon einmal geführt. Damals, in Immerlicht. Und da du mich dort bereits nicht verstanden hast, bezweifle ich, dass du es jetzt tun wirst. Beantworte mir eine Frage, Taha. Hältst du diese Welt für einen guten Ort? Jetzt nicht mehr, ne? Aber... Das ist tatsächlich die beste Antwort. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Das ist eine Frage der Perspektive. Gleich wie mit Gut und Böse. Es gibt Leid, ja. Aber es gibt auch Schönheit. Aber das Leid überwiegt. Ja, du kannst die Augen verschließen, aber es ändert nichts. Und was, wenn es einen anderen Weg gäbe? Was, wenn es Frieden geben könnte? Wohlstand für alle. Eine Welt ohne Armut, ohne Hunger. So wie Aronir es immer gewollt hatte. Bevor wir uns von der Sünde haben verderben lassen. Und ja, ich weiß, das glaubst du mir nicht. Weil du nicht gesehen hast, was ich gesehen habe. Aber bitte, stell es dir vor, nur für einen einzigen Moment. Stell dir vor, du würdest wissen, dass das Paradies zum Greifen nahe ist. Nur einen Schritt entfernt. Wäre das dann diese paar Leben nicht wert gewesen, die wir opfern mussten? Ich hätte meines ohne mit einer Wimper zu zucken gegeben, wenn es notwendig gewesen wäre. Und, auch wenn du mir das vielleicht nicht glaubst, es gab viele Magier, die ihre Strafe akzeptiert haben. Mehr noch, die sich durch unser Urteil befreit gefühlt haben, weil sie tief in sich schon immer gewusst haben, dass etwas wie sie nicht existieren sollte. Ich kann diesen Sprachsinn nicht mehr hören. Es ist keine Gewissheit, dass es ebenfalls wichtig ist. Vielleicht wäre es das. Es ist halt keine Gewissheit, dass der Allvater wiederkommt. Aber für ihn, das ist gut, er ist sowieso schon verblendet genug. Ich kann nur sagen, dass es kein Genozid wert ist. Nein, Bertrand, du verstehst es einfach nicht. Selbst wenn die Wiederkehr nicht nur ein Hirngespinst wäre. Nichts rechtfertigt die Ermordung tausender Menschen. Nichts! Ach, wirklich? Und was ist mit dir? Glaubst du, es wären nur Fanatiker getötet worden in den Schlachten, die du geführt hast? Du hast dasselbe getan, Taha. Du hast hunderte, tausende Leben geopfert, nur um uns aufzuhalten. Weil du geglaubt hast, dass du das Richtige tust. Wir sind nicht so verschieden, wie du denkst. Nicht im geringsten. Aber es scheint, als hätte der Bote recht. Wirst du dir zumindest unser Angebot anhören? Sprech. Nun, wie ich schon sagte, es gibt einen Grund, dass du hier bist. Als dem Boten klar geworden ist, dass wir die Schanze verloren haben, wusste er, dass wir nicht länger warten konnten. Das Ritual? Ja. Er bereitet die Wiederkehr vor. Aber glaubt die Reinheit nicht, dass die Welt von Sünden und Schändern befreit werden muss, bevor Aonir wiederkehren kann? So hätte es sein sollen. Aber du hast uns keine Wahl gelassen. Jetzt gerade öffnet der Bote das Tor. Das heißt, er bereitet sich darauf vor. Denn wie es aussieht, ist deine Rolle in all dem immer noch nicht vorbei. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber er braucht dich. Mich? Wofür? Das Amulett. Auch wenn es ihm erlaubt, das Allfeuer zu kontrollieren. Es scheint etwas zu geben, das ihn davon abhält, Zugang zu seiner ganzen Macht zu erlangen. Aber die benötigt er, um das Tor für den Allvater zu öffnen. Und so wie es aussieht, scheinst du dieses etwas zu sein. Solange die Verbindung mit deiner Mutter, der Formerin, besteht, kann das Tor nicht geöffnet werden. Das heißt, das ganze Zeiterkaufen hat überhaupt nichts gebracht bei ihm. Ich frage mich gerade, wir hatten sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Gibt es eine Möglichkeit, Bertrand umzustimmen? Hm, ich glaube nicht, dass irgendwas davon helfen würde. Wenn das nicht ironisch ist. Wenn das mal nicht ironisch ist. So einfach ist es nicht. Er braucht dich, ja. Aber es spielt keine Rolle, ob du tot oder lebendig bist. Und deswegen bin ich hier. Er meinte, es wäre nutzlos, dass du stur bleiben würdest, wie bisher auch. Aber ich habe den Glauben an dich noch nicht verloren. Bitte, Taha, tu es. Hilf dem Boten, das Tor zu öffnen. Er hat versprochen, dir nichts anzutun. Und sobald Aonir wiedergekehrt ist, hat alles ein Ende. Keine Pfählungen mehr. Keine Verbrennungen. Unsere Welt wird eine friedvolle sein. Ach, keine Pfählungen mehr? Ich schätze, wir sollten vor Freude Putzelbäume schlagen. Ich bin ein Magier. Hättest du mich getötet? Weißt du, Bertrand. Es gibt da eines, das ich nie so recht verstanden habe. Ich bin Magier. Und dennoch hast du immer versucht, mich zu beschützen. Während die anderen auf dem Scheiterhaufen gebrannt haben. Warum? Merkst du nicht, wie heuchlerisch das ist? Das ist etwas anderes. Du warst Teil von Aonirs göttlichen Plan. Und er hat dich gebraucht, um die Formerin zu finden. Richtig. Und danach hat der Bote versucht, mich zu ermorden. Das... Was willst du hören, Taha? Ich sage es noch einmal. Er merkt erst in der Defensive. Ich bin nicht stolz auf die Hinrichtungen, aber sie waren nötig. Und ja, vielleicht habe ich dich bevorzugt behandelt. Weil ich wusste, dass du nicht wie sie bist. Du bist ein guter Mensch. Nicht wie dein Vater. Wie all diese Magier, die Aonirs geschenkt zu ihrem eigenen Vorteil missbrauchen. Hm. Hm. Ich war nicht der einzige gute Magier. Das ist Schwachsinn. Es gibt gute Magier und es gibt schlechte Magier. Aber ihr, die Reinheit des Lichts, habt sie alle über einen Kamm geschert. Ich glaube, es hat keinen Sinn, das weiter auszuführen. Ich versuche, dich zu retten, Taha. Aber du willst nicht gerettet werden. Darauf läuft es hinaus. Hm. Woher soll ich wissen, dass Lakaien nicht lügt? Selbst wenn du die Wahrheit sagst. Woher sollte ich wissen, dass Lakaien nicht lügt? Denk doch nach, Taha. Welchen Grund sollte er haben zu lügen? Du verstehst es einfach nicht. Alles, was wir... Was er von Anfang an wollte, war die Wiederkehr. Sobald sie vollzogen ist, gibt es keinen Grund mehr für Lügen und Gewalt. Hm. Lakaien wird sterben, Lakaien muss sterben, du aber nicht. Hier speichere ich mal. Es tut mir leid, Bertrand. Lakaien muss zur Rechenschaft gezogen werden. Aber für dich ist es vielleicht noch nicht zu spät. In diesem Falle ist es das. Ich wünschte nur, du könntest sehen, was ich gesehen habe. Das tue ich wirklich. Ich wünschte, du könntest beim Portal öffnen. Bertrand, nein! Das Licht. Ich kann es sehen. Was für ein sinnloser Tod. Er hat seine Wahl getroffen. Es tut mir leid, Taha. Hm. Okay. Schade. Schauen wir noch mal mit dem vorigen. Ruhig, als ihr dem denkt doch nach, Taha. Welche Lakaien ist ein Monster. Und er wird sterben. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich wünschte nur... Ja. Ja, das Gleiche. Ich weiß nicht, ob wir das vorher hätten irgendwie verhindern können, aber wir können jetzt hier wieder laden. Das passt schon. Es ist ungewöhnlich ruhig. Ich mag es trotzdem, ihm noch die Chance gelassen zu haben. Ruhig. Gut. Schade. Das ist schade. Denn ich hätte wirklich noch gerne seine Reaktion gesehen, wenn er erstmal sieht, was er da eigentlich die ganze Zeit beschwören wollte. Verstand. Da wird alles mögliche rauskommen, aber garantiert nicht gar Armonie und auch keine der Wächtergötter. Das, was da rauskommt, wird entweder einer der Renegaten sein, irgendwas in Richtung Fialdark vielleicht. Habe verstanden. Na, keine Ahnung. Vielleicht irgendwelche Space Ninjas. Also, wie gesagt, es ist mir bettende Schade. Ich hätte wenigstens noch gern gesehen. Mein Kind, bist du das? Was war das? Wie, meinen? Meine Mutter. Ich glaube, sie spricht zu mir. Er kann mich nicht hören. Ich bin in deinen Gedanken und ich kann deine Gedanken hören. Du musst ihn aufhalten, Kind. Er will die Essenz gebrauchen, um das Tor zu öffnen. Also ist die Wiederkehr real? Hat er die Macht, Armonie zurück in diese Welt zu bringen? Nein, das heißt, ja, durch die Essenz, das Allfeuer, hat er die Macht, etwas in diese Welt wiederzubringen. Aber es ist nicht der Gott, zu dem sie beten. Dieser Mann, sie alle, dieses Ding, diese Kreatur hat sie benutzt. Von Anfang an. Ach klar. Welches Ding. Ich bin mal gespannt, was genau. Ich schätze auf einen der Renegaten oder einen Fialdark. Irgendwas in dieser Richtung, glaube ich. Oder vielleicht irgendein mächtiger Dämon. Hm. Was ist das für ein Wesen, das, das versucht, in unsere Welt zu gelangen? Ich weiß es nicht. Aber als er versucht hat, das Tor zu öffnen, habe ich einen Hauch seiner Präsenz gespürt. Und es ist schrecklich, unaussprechlich, was auch immer es in dieser Welt will. Es hat nichts mit dem zu tun, was diese Kultisten glauben. Hm. War ja irgendwo klar, ne? Ich meine... Aber was genau? Mich würde es echt interessieren. Weiß Lakaien davon, dass etwas anderes durch die Tore kommen wird? Nein. Lakaien glaubt alles, was er sagte. Er denkt, er wäre der Allvater gewesen. Der Schöpfer Eos, der ihm diese Visionen gesandt hat. Wie kann ich dich retten? Wie kann ich dich retten? Wie kann ich dich aus diesem Amulett holen? Ich weiß nicht, ob du das überhaupt kannst. Solange das Amulett und damit mein Geist mit diesem Mann verbunden sind, gibt es keinen Weg, mich zu befreien. Und selbst wenn ich hier rauskäme, wo sollte ich dann hin? Meine Hülle ist zerstört, vergraben unter den Trümmern des Labors. Ist sie nicht. Wir haben sie geholt. Dein Körper ist noch immer intakt. Oh. Dann... Dann besteht vielleicht noch Hoffnung. Aber zuerst muss dieser Mann sterben. Sonst bin ich gefangen. Das klang jetzt ein bisschen harsch. Nicht, dass Andra noch irgendwas im Schilde führt. Hm. Ist es wahr, dass er mich braucht? Ist es wirklich wahr, dass er mich braucht? Um das Ritual zu vervollständigen? Ja. Solange du existierst, kann er das Portal nicht ohne dich öffnen. Deswegen will er dich töten. Wann immer er etwas anderes behauptet, lügt er. Ich verstehe. Gib... Gib einfach nicht auf, in Ordnung. Ich werde dich da wieder rausholen. Los. Bringen wir es zu Ende. Okay. Dann hatte ich also letzten Endes recht. Ich wusste, dass es sinnlos war, aber Bertrand hat darauf bestanden. Er war immer schon zu idealistisch gewesen. Naja. War. Perfekt. Perfekt. Ja. Ja klar war er idealistisch. Schwachsinn. Er ist gestorben, weil ihr ihn indoktriniert habt. Wenn ich diese Macht hätte, dann wären derart viele Exekutionen nicht notwendig gewesen, oder? Nein, Taha. Ihr irrt euch. Bertrand Carpell hat das Licht selbst gesehen. Genau wie ich vor sieben Jahren. Alles, was ich getan habe, war ihm meine Hand zu reichen. Ich fürchte, er hat recht. Euer Freund, Bertrand. Er suchte etwas, um eine Lehre in sich zu füllen. Und er hat es in der Reinheit gefunden. Ja, es hat er damals auch gesagt. Ich erinnere mich. Wie gesagt, er hat da so eine gewisse Leere in sich spürt. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt gewinnen? Glaubt ihr wirklich, ihr könnt gewinnen? Ihr seid in der Unterzahl. Das werden wir schon noch sehen. Hm. Es ist nicht Aonir, den ihr zurückbringt. Ihr macht einen großen Fehler, Lakaien. Es ist nicht Aonir, den ihr zurückbringt, sondern etwas anderes. Dann glaubt ihr also plötzlich an die Wiederkehr? Interessant. Hört her. Meine Mutter ist noch immer in diesem Amulett. Und sie hat es mir eben gesagt. Was auch immer euch diese Visionen geschickt hat, es war nicht der Allvater. Verzeiht mir, Tahar. Aber wenn ihr mich überzeugen wollt, müsst ihr euch schon eine bessere Geschichte ausdenken. Hm. Ja, gebt alles. Na gut. Dann gebt alles. Ich werde es euch gleich tun. Mit Vergnügen. Oh, die Musik ist cool fürs Ende. Nicht schlecht, Tahar. Das muss ich euch lassen. Mal sehen, was ihr davon haltet. Abscheulichkeiten. Hm. Was für ein Clown. Aber da Ron ja nicht zum Schweigen gebracht werden kann, ist ja alles gut. Ich glaub, der portet sich immer weg in gewissen Abständen. Ich glaub, alle 25% oder so. Ich streng mich gar nicht großartig an, wegen Dialogen und so. Ja. Muss ich so gerade sagen, ja. Ah. Ist der jetzt noch durch die Kalifen gegangen, oder was? Keins Quelle. Ist die nicht pleite? Die Quellen, sie beschützen ihn. Ach komm. Hurra, hör mal auf, hier paralysiert zu sein. Was auch immer hier beschwört. Ich glaub, das macht viel Bumm. Ihr habt keine Ahnung, worauf ihr euch einlasst. Tahar, nicht die geringste. Dann hol mal her, wieder deine, deine schönen Minions. Machen wir's. Machen wir's. Zu Ende. Und verteilt mal ein bisschen seine Feuerfunken. Hurra macht uns die Pirouette. Ich bin da. Dafür werdet ihr brennen. Zack. Nein. Hier geht alle da runter. Und dann wird er trotzdem Schaden. Oh, mal gucken, was er da beschwört. Oh Gott, ich dachte, das ist das Schlimme. Nein. Ich. Ich. Ist es... Ist es vorbei? Taha. Taha. Anga. Was? Die Barriere ist verschwunden. Was? Was ist passiert? Ist er... Er ist tot. Es ist vorbei, Taha. Er ist tot. Endlich. Seid ihr sicher? Sicher? Ja. Der Krieg ist vorbei. Aber diese Macht. Das war unglaublich. Ja. Das war das Allfeuer. Und etwas sagt mir, dass das gerade mal ein Bruchteil seiner vollständigen Macht war. Was ist mit eurer Mutter? Ist sie immer noch da drin? Ich meine, ist sie immer noch in diesem Amulett? Ich weiß es nicht. Andra? Stellt sie sich tot, oder was? Bist du... Bist du da? Bist du da? Ja. Bin ich. Es ist vorbei, Kind. Er ist tot. Taha. Alles in Ordnung? Es ist meine Mutter. Ja. Meine Mutter lebt noch. Ich... spreche gerade mit ihr. Telepathie? Natürlich. Ihr seid ein Former. Ihr Geist ist immer noch gefangen, oder? Können wir... Ich hab ein... Ich hab ein schlechtes Gefühl, was sie angeht jetzt. Alter. Aber sehen wir Sentai bevor? Was? Nein. Was tun? Was passiert hier? Was ist das? Die Kreatur. Das Wesen. Es öffnet das Tor. Mein Name der Sonne. Ihr müsst es aufhalten. Tiaras Atem. Das war klar, dass noch irgendwas kommt. Tötet es! Spektralhorror. Alter. Da wird so... Oh Gott, ich sehe gerade. Das ist ja alles jetzt ein bisschen verschoben. Deswegen war es also Voraussetzung, dass Anga mitkommt. Tentakel. Tentakel. Nein. Was zum... Es hat sich regeneriert. Weicht nicht zurück! Okay. Dann eben nochmal. Versuchen wir mal, Arino zu beschützen. Warum kannst du das mit deiner Heil-Aura machen eigentlich? Ansonsten machen wir einfach schnell die Feuerpunkten rein, dass es schneller kaputt geht. Oder müssen erstmal die Tentakel weg. Schon wieder? Wir müssen... Nein! Mutter? Es ist sinnlos. Es ist mit dem Allfeuer verbunden und ihr könnt es nicht töten, solange es die Quelle kontrolliert. Taha! Was sollen wir tun? Es hat sich fast regeneriert. Das Amulett. Du musst das Amulett zerstören. Aber... Ich werde meine Kräfte nutzen, um es kurz außer Gefecht zu setzen. Sobald es sich wieder zu regenerieren versucht, dann musst du es einfangen und das Amulett zerstören. Los! Taha! Lärmtes! Okay. So schnell geht das nicht! Etwas. Was? Solange es das Amulett hat, können wir es nicht töten! Lärmtes! Lärmtes! Irgendwie! Verstanden. Jetzt! Alle zusammen! Wir... Wir können es nicht lange halten! Tut, was ihr tun müsst! Taha! Und zwar sofort! Du es! Was ist mit dir? Wenn ich das Amulett zerstöre, was fährt dann aus dir? Das weißt du bereits, oder nicht? Schnell jetzt hin! Ich... Ich... Ich halte das nicht viel länger aus! Wir haben selbst die Wahl! Das speichere ich! Es ist das Beste, das Amulett zu zerstören. Aber das interessiert mich jetzt. Es tut mir leid. Du... Was du tun musst! Achso, nee, wir haben nicht die Wahl. Wir könnten bloß vorher noch... Es tut mir leid sagen. Ich dachte, es tut mir leid, dass ich es nicht tue. Und ich fiel es für einen Witz, wenn... Wenn sie sich sagt, der blieckende Spaghetti-Monster raus. Kurz nachdem ihr Lakaien und das Wesen aufgehalten habt, das von ihm Besitz ergriffen hatte, ist die Königin erwacht. Die verbliebenen Leute der Reinheit wurden ausfindig gemacht und exekutiert. Doch kein noch so blutiger Vergeltungsakt könnte die Wunden heilen, die dieser Krieg in Nortanda gerissen hat. Und eine Frage bleibt. Was wird aus den Magiern? Die Königin glaubt, eine Antwort gefunden zu haben. Der Zirkel. Ein Rat der Zauberer aller Rassen und Länder. Seine Bestimmung soll es sein, den Gebrauch von Magie zu kontrollieren. Und ihr ein Gesicht zu geben. Stellvertretend für die, die sich fürchten, ihr eigenes zu offenbaren. Hmm. Tolle Aussicht, was? Ja, schön ruhig. Was gibt's? Gibt es einen bestimmten Grund dafür, dass du hier bist? Brauche ich den denn, um mit dir reden zu können? Nein, aber ich schätze mal, das weißt du bereits. Spätestens jetzt. Aber ja, es gibt einen Grund dafür, dass ich hier bin. Die Königin wollte dich sehen. Das heißt uns alle. Die Heiler sind natürlich auf die Barrikaden gegangen, aber sie hat darauf bestanden. Jetzt schon? Sie ist doch erst seit ein paar Wochen wieder wach. Ja, aber du weißt ja, wie sie ist. Sie ist keine, die in ihrem Bett faulenzt, während ihre Diener die Trümmer ihres zerschlagenen Reiches aufsammeln. Ist ja schon seltsam genug, dass sie so kurz nach Lakains Tod erwacht ist. Fast schon symbolträchtig. Was glaubst du, will sie von uns? Geht es wieder um dieses Magierkonzil, das sie ins Leben rufen möchte? Den Zirkel? Vermutlich. Sie hat ja mehrfach betont, dass wir ein Teil davon werden sollen. Schon komisch, oder? Vor vier Monaten war ich noch ihre Gefangene. Und jetzt soll ich Oberhaupt eines Konzils werden. Ich weiß immer noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Du klingst ja fast schon ein wenig melancholisch. Vermisst du es, unterwegs zu sein? Tja, du kennst mich einfach zu gut, Taha. Ja, manchmal vermisse ich es. Diese Weite. Das Gefühl, nicht zu wissen, wo man am nächsten Tag aufwachen wird. Aber andererseits brauchen Magier Schutz. Wir dürfen einfach nicht zulassen, dass sich so etwas wie die Reinheit wiederholt. Der Zirkel. Klingt seltsam. Irgendwie wuchtig. Wo wir schon davon sprechen. Hast du bislang irgendwas von Isgrim gehört? Nein. Wohin auch immer er gegangen ist, er hat seine Spuren gut verwischt. Um ehrlich zu sein, mache ich mir etwas Sorgen. Sein Wissen über die Rune. Diese Sache mit der Gedankenkontrolle. Das schmeckt mir nicht. Ganz und gar nicht. Hm. Wie auch immer. Genug der düsteren Gespräche. Wir haben gewonnen, Taha. Der Preis war hoch. Aber wir haben es geschafft. Naja. Wir wissen immer noch nicht, was es mit diesem Gott des Lichts auf sich hat und ob er wiederkommen wird. Ja. Aber all das. Alte Götter, Runen, die Probleme in Windwall kann warten. Jetzt komm mit. Die Königin erwartet uns erst in einer Stunde. Also bleibt uns noch genug Zeit. Wofür? Für eine Flasche empyrischen Watt. Oh, Mann. Ja, dann 468. Die anderen warten schon im Hof auf uns. Nicht für was anderes. Nein, sieh mich nicht so an. Wir haben uns etwas Ruhe verdient, Taha. Das haben wir wirklich. Hm. Sehe ich noch, was die Königin von mir will? Oder ist das jetzt der Epilog gewesen? Wisst ihr, was jetzt noch das Allerbeste wäre, um das Ganze abzurunden? Jetzt zum Ende das Intro von Spellforce 1 einzublenden. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Das wäre die perfekte Abrundung des Ganzen. Aber ja. Das wäre es gewesen. Ein Epilog mit Uria zusammen. Vielleicht ist das ja eine Geschichte für irgendwelche DLCs oder Erweiterungen. Ich glaube, sie haben das extra ein bisschen offengelassen, dass es noch ein Gespräch mit der Königin gibt. Dass es jetzt erst noch zur Gründung mit des Zirkes kommt. Dass... Ja, dass man jetzt an sich wahrscheinlich noch ein paar Aufgaben hat für das Königreich. Und verdammt nochmal. Zu wissen. Was wird aus Taha? Ist er der Flötenspieler? Wird er der... Also. Jetzt kriegt... Habt ihr ja so weit mitbekommen. Jetzt brauche ich mich nicht mehr so weit verdeckt zu halten. Es wird ein Zirkel gegründet. Ein Zirkel der Magier. Und dieser besteht aus 13. 13 der mächtigsten Magier. Und davon haben wir jetzt... Elf. Elf haben wir gesehen. Es gibt zwei, die fehlen. Der Flötenspieler. Und... Hukan Aschir. Hukan Aschir kommt so oder so erst später dazu. Zu der gesamten Riege. Das ist sowieso nicht gedacht, dass man jetzt wahrscheinlich schon sieht. Vielleicht könnte es auch ein eigenes Add-on geben. Oder einen eigenen DLC oder so. Wo man so mitkriegt, wie er zum Zirkel stößt. Aber der einzige, der jetzt noch wirklich fehlt, den wir nicht gesehen haben, war der Flötenspieler. Es ist... Oder habe ich sonst noch jemanden? Ich glaube, ich habe sonst keinen vergessen. Gehen wir mal durch. Also. Die Zirkelmagier, die mir bekannt sind. Die ich jetzt gerade... Mal gucken, ob ich alle hinbekomme. Rohen. Uram. Also Rohen Tahir. Uram der Rote. Uriah aus dem Licht. Gor der Wandler. Untergast der Weber. Ähm... Isgrim der Schmied. Ianna die Sängerin. Reit der Schwarze. Ähm... Hier. Ah, wie hieß der nochmal? Silberhand. Genau, Silberhand. Dann der Flötenspieler. Wo ich gemeint habe, den hat man noch nicht. Hukan Aschir. Den habe ich vergessen. Zwei fehlen noch. Zah... Ja, Zahar die Schlange. Den haben wir auch noch nicht gesehen. Und dann fehlt noch einer. Wen habe ich vergessen? Gar! Untergast hat man. Ianna hat man. Gor hat man. Uram hat man. Ron hat man. Ich komme gerade nicht drauf, wenn ich ausgelassen habe. Es tut mir leid. So aus dem Kopf jetzt gerade. Vielleicht kommt es mir noch. Stimmt. Zahar die Schlange hat man auch vergessen. Weitere Dunkel-Elf. Neben... Von daher, das kann schon mal nicht Zahar sein. Zahar die Schlange, weil... Auch wenn Zahar ähnlich wie Zahar ist, aber... Zahar ist ebenfalls ein Dunkel-Elf. Genau wie Reit der Schwarze. Von daher, das wird es nicht sein. Hm... Aber Silberhand und Reit hatten... Ah, stimmt. Ja, na klar. Na klar. Den haben wir auch getroffen. Hier. Schar. Schar von den Inseln. Den hatte ich vergessen. Da haben wir die 13. Schar von den Inseln noch. Den haben wir... Da hat er eben kurz uns noch mit den Medusen geholfen gehabt. Das wären die 13 Zirkelmagier. Und was mit diesen 13 Zirkelmagiern so abgeht und was der Welt wirklich gut tut, so einen Zirkel zu haben, das erfährt man alles in Spellfoss 1. Denn, ja, Spellfoss 3 ist das Prequel, er spielt eine lange Zeit davor. Aber lasst euch gesagt sein, soviel schon mal. Der Zirkel entschlüsselt das Geheimnis des Allfeuers. Und jeder der Zirkelmagier erhält die Macht des Allfeuers. Was auch ihr Leben verlängert. Und ihnen, um mal wirklich Darius zu zitieren, was ihr Leben verlängerte. Und ihnen Magie jenseits jeglicher sterblicher Zauberei verleiht. Das heißt, diese 13 Magier lenken die Geschicke der Reiche und der gesamten Welt eine sehr lange Zeit. Und zwar über Jahrhunderte. Das spielt jetzt 500 Jahre vor Teil 1. Und... Ah, Spellfoss 1 spielt kurz, nur ein paar Jahre nach einem Ereignis... Kommt da gerade eine Stimme? Also Spellfoss 1 spielt nur ein paar Jahre nach einem Ereignis, was die Zirkelmagier ausgelöst haben. Das heißt, bis gut 500 Jahre werden die jetzt ihren Zirkel. Halten und Regieren. Hm. Und am meisten würde mich es immer noch interessieren. Das ist das, was mich am meisten so ein bisschen gebunden und gefesselt hat. Und die größte Frage, die mir erpocht ist. Was ist mit Taha? Tritt ja nicht dem Zirkel bei. Lebt jetzt einfach ein geschilliges Leben und es hört auf. Wird... Ist die Überleitung, das ist auch eine Idee, die ich gehabt hatte. Tahira aus der Med-On. Klar, sie war weiblich. Dann müsste Taha weiblich sein, auch kanonisch so gesehen. Tahira, die aus dem Prolog, die den Runenkrieger gefunden hat. Aus Spellfoss 1. Ich sehe es vielleicht. Das war eine meiner Gedanken. Oder eben, wie gesagt, der Flötenspieler. Obwohl, das wäre irgendwie ein bisschen unepisch, weil zum Flötenspieler weiß keiner sauer was. Okay, dann wüsste man was. Da hätte er eine Backstory. Aber irgendwie... Ja... Taha und der Flötenspiel. Es kann gut sein, dass die beiden vielleicht in einem Add-On oder in einem DLC behandelt werden. Das gleiche natürlich auch mit Taha's Werdegang. Es sind noch so viele Fragen offen. Es sind noch genug Fragen offen. Ah, hier, das Entwicklerteam. Die sind wir auch schon mal durchgegangen. Von den Namen. Das sind sie alle. Wahrscheinlich auch von der Anzahl. Das könnte ja hinhauen. Andererseits. Ja. Und das wäre es gewesen. Wir sind fertig. Das Spiel ist zu Ende. Hm. Das wäre es gewesen. Das war Let's Play Spellfoss 3. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich Spellfoss 1 Intro jetzt einfüge. Aber ganz ehrlich, das lass mal abgeschottet einfach. Das passt schon so, wie es ist. Wenn es euch interessiert, ihr müsst ja nicht mal unbedingt mit meinem Let's Play angucken. Ich verlinke euch einfach mal das separate Intro einfach. Für alle Leute, die es nicht kennen. Sagen wir es mal so. Wenn man sich überhaupt nicht mit Spellfoss... Wenn Spellfoss 1 das erste Spiel ist, was ihr überhaupt zockt. Also von der gesamten Reihe. Dann werdet ihr beim Intro nur Bahnhof verstehen. Jetzt, wo ihr Spellfoss 3 kennt, werdet ihr beim Spellfoss 1 Intro vieles verstehen. Vieles, was man sich so, wenn man Spellfoss 1 spielen würde, was man erst weiß, wenn man das Spiel kennt. Ansonsten jetzt, wo ihr Spellfoss 3 habt, ihr dürftet das Intro verstehen können, bei dem was gesagt wird. Ihr dürftet eigentlich alles verstehen können. Bis auf die Sache, was die Konvokation ist. Aber das ist eine Sache, die in Spellfoss 1 gelüftet wird. Alles klar. Ich bedanke mich soweit fürs Zusehen. Das war Let's Spellfoss 3. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Bis zum Ende. Es hat sich wirklich lang gezogen. Wie lang war das jetzt insgesamt? Es waren jetzt lockere fast 70 Stunden. 67 Stunden waren wir dran. Ja. Und ich hoffe sehr auf Bonusinhalte bei dem Spiel. Die werden uns dann natürlich auch zu Gemüte führen, wenn sie mal draußen sind. Denn mich würde wirklich mal interessieren, es gibt noch so viele Side-Stories, die man erzählen könnte. Es fehlen noch zwei Zirkelmage. Es fehlen, wie gesagt, Zaha, die Schlange und der Flötenspieler. Es fehlt noch Taharas weiterer Werdegang, der mich interessieren würde. Was aus ihm wird. Und eine persönliche Bitte, es fehlt Udwin. Udwins Hintergrundgeschichte hätte ich auch gerne mal. Ich würde gerne Udwins Odyssee mitmachen. Das wäre so eine... Das habe ich mir schon als Addon für, ähm, hier so einen kleinen DLC für Spellfoss 1 oder so gewünscht. Einfach, ähm, Udwins Odyssee mitzuerleben, mit seinem Abstieg in die Tiefen. Und so. Und das Ende des Ganzen ist dann, wie er aus dieser Mine rauskommt und vor dem Rundkrieger steht. Das wäre richtig, richtig episch irgendwie. Aber, ja. So kleine Gedankengänge von mir, was ich cool finden würde. Ich meine, ich habe ja meinen Charakternamen aus Spellfoss, also meinen YouTube-Namen. Und ich bedanke mich so weit jetzt mal wieder fürs Zusehen. Danke für alle, die so lange zugeschaut haben. Das war jetzt kein kleines Projekt. Und wir sehen uns bei Kontenprojekten, die irgendwie mit Spellfoss zu tun haben, mit Strategiespielen allgemein. Und ich hoffe wirklich sehr, wie erwähnt, auf weitere Spellfoss 3-Inhalte. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.